sehr schön das sind jetzt 200 in der Zeit können wir die ja mal ein bisschen verjagen so dann wollen wir mal ein bisschen erhöhen so, das könnt ihr mal bitte auch auffrischen sehr schön komm, dann kriegst du schon mal einen Garten so, du kriegst schon mal eine Auffrischung zack so, jetzt könnt ihr da hinten mal bitte ein Wohnmobil kaufen äh, kaufen, bauen und hier könnt ihr bitte ein Treibhausen hin machen und von der Nixenkohle zack die Brücke können wir nämlich jetzt auch bauen so, bitte noch einmal aufrüsten und hier auch da habe ich auch zwei sehr schön das ist praktisch du kriegst noch einen Garten du kriegst gerade ein Upgrade so, du wirst gebaut so darum brauche ich mich jetzt nicht mehr zu kümmern so, hier kommt jetzt noch eine Hütte hin so eine Hütte da nehmen wir noch einmal mit du kriegst noch einen Garten die hier sind komplett erledigt nee, nee, bitte direkt upgraden nochmal upgraden so, nochmal upgraden das bitte entfernen das bitte entfernen so hier macht er mal bitte ein Volleyballfeld hin so hier da brauchen wir noch mal so nochmal wir müssen ja noch ein Wohnmobil bauen so so das reißt er jetzt mal ab schneller hier hier, du kannst schon mal Party machen und du kriegst noch einen Garten boah das hätte aber nicht viel später sein dürfen äh leckofenny aber hier müssen wir noch mal rein da haben wir anscheinend ja, überspringen wo haben wir hier nicht ausgegraben da so drei Gewächshäuser so 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 dann bitte einmal hier und einmal upgraden ach, hier ist das noch gar nicht mit doch ist wohl so nochmal upgraden das können wir schon 1800 so 4000 das heißt ein Gewächshaus ah ne 2000 haben wir gerade nicht müssen wir einmal warten na und Zufriedenheit müssen wir ja auch noch versorgen stimmt hier das war das okay das heißt hier machen wir jetzt nochmal ein Gewächshaus hin noch einen Arbeiter einstellen so jetzt müssen wir noch ein Gewächshaus bauen das machen wir dann hier unten hin so dann bitte einmal die Samen ich weiß nicht ob ich das nochmal komplett nochmal machen muss da habe ich jetzt gar keine Ahnung von ich gehe mal davon aus jetzt aber wissen tue ich es nicht so hier kann nochmal einer oh ich kann mich ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Der wartet jetzt auf einen. Ich glaube, das mit den Gewächshäusern, das kriegen wir recht gut hin. Wir müssen hinterher die Gebäude abreißen. Zumindest das. Ich habe gerade keine Arbeiter gehabt. Das ist natürlich blöd. Mein Gott, ist das hier ein blblblblblbl. Es tut mir leid, dass ich nicht so viel quatsche, aber ich muss mich ja echt gerade voll konzentrieren. Zumal ich auch nicht weiß, muss ich das jetzt wieder alles von vorne machen oder nicht. So, dann bauen wir bitte hier schon mal so ein Eisdingel hin. So, die Samen haben wir geschafft. Das können wir noch einmal upgraden. So, und dann holen wir uns hier noch einmal. So, dann bitte einmal abreißen. So, der kann sich schon mal auf den Weg machen. So, und hier kann jetzt auch einer hin. Ja, ich weiß, aber wir brauchen doch... Ich gucke gerade mal. Ne, hier war das noch nicht. Dann haben wir hier bei der 24 noch eine Schatzkarte vergessen. Drei Teiche, Tageseinkommen. Ach, das war das. Wo haben wir denn den... Ach, da oben. Bitte graben. So, dann haben wir das schon mal. Dann können wir jetzt hier die einnahmen. Zack. So, dann brauchen wir hier, was wir nicht machen können. Das heißt, wir brauchen erst einmal... So, hier bitte auch einmal ausgraben. So, jetzt aber. Damit wir mehr Kohle reinkriegen. Und du kannst hier mal Materialien beschaffen. Das können wir mal upgraden. So, nochmal. So, du kannst jetzt hier nochmal. So. So, dann haben wir das nämlich auch. So, und das nächste, was jetzt reinkommt, wird ein Gewächshaus. Ach, weißt du was? Die können hier nochmal eine Hütte bauen. Und dann haben wir jetzt hier und hier ein Gewächshaus. So. So, dann rüste das Ganze nochmal bitte auf. Zack. Ich hab gesagt, aufrüsten. Dann müssen wir die Teilchen nämlich noch machen. Ja, wir kommen nicht drum herum, dass... Boah, wir brauchen unbedingt hier noch einen. So, dann können wir hier auch den Teich schon mal hinsetzen. Okay. So. So... So. Oke. So, dann machen wir hier auch mal. So. Okay. Vielen Dank.